Leute, was geht ab, Le Dong hier? Vollkommen vergessen, Video zu starten. Was geht ab? Ich mache Parades. Leute, jetzt so, aber Hon, du bist doch nicht mehr so motiviert. Erstmal ist der, glaube ich, richtig schlecht. Ja, das stimmt, aber Parades gehen immer. Ich war noch ein guter Kollege, der aus der Verschollenheit aufgetaucht ist. Mit dem bin ich glattgefreundet, also nutze ich die Gelegenheit mal. Leidend. Jetzt habe ich es wieder verpasst. Was haben wir da bekommen? Nicht shiny schonmal. Einen shiny habe ich schon. 21,13 ist, glaube ich, 100. Wir tauschen, Glückstausch. Ich habe dem Kollegen gerade gesagt, dem letzten, den ich Milzer getauscht habe, der hat einen Hunderter bekommen. Grüße gehen aus an Dom. Der ist auf Twitter bekannt. Wenn es mal nicht hängen würde hier. Ah ja, okay, jetzt so. Beide aus dem Ei. 7,8,2 braucht man. Oder ist es Zeit für mich? Also nicht, dass ich noch einen hergebe, sondern Karma, dass ich einen zurückbekomme. 7,8,2. Sie hat es eigentlich schon bekommen. Und zwar nicht gut oder so. Uh. Schade. So Leute, das war es auch schon. Nur zwei Raids. Und ja, es war halt keiner in der Nähe, der offen war oder so. Die Nächsten, die aufgemacht hätten, wären erst in einer Stunde gewesen. Dann haben wir halt gesagt, ja okay, reicht für heute. Ich meine, zwei sind besser als keiner. Und Glückstausch mit einem verschollenen Kollegen. Also immerhin. Aber war kein Spezialtausch, weil offensichtlich, er ist aus dem Nichts aufgetaucht. Die anderen hatten auch Interesse. Das heißt, wir haben noch einen Spezialtausch offen. Und ich suche mal nach jemandem, der heute mit mir tauschen will. Yo, was geht Leute. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe getauscht. Und das habt ihr nicht gesehen. Ich habe vergessen aufzunehmen. Ich habe Registil Shiny bekommen. Aber der war schlecht. Auf jeden Fall will ich euch noch was zeigen. Und zwar diese Seite hier. Buddy Progress Checker. KitsuneKurisu.com Link ist unten in der Beschreibung. Und damit kann man den Fortschritt seines besten Kumpels, Best Buddy, überprüfen. Für Arenen gibt es sowas auch. Und das fand ich immer sehr praktisch. Weil ich mache ja Gold-Arenen. Und da konnte man da draufklicken und dann sehen, wie viel man noch braucht. Wie viele Punkte, um eine Arena auf Gold zu bekommen. Und dann gab es da immer so Vorschläge. Du musst auch so und so viele füttern. Du musst dich noch, was weiß ich wie oft, in die Arena stellen. Oder du musst drei, vier Rates machen. Und genau das gibt es auch für den Buddy. Ich zeige es euch mal. Hier, ich habe ein Screenshot gemacht von meinem aktuellen Buddy. Also nicht mein aktueller, weil ich mache immer mehr gleichzeitig. Erstmal bisschen was über das Buddy-System noch. Ich hatte mich ursprünglich dagegen gewehrt. Fand ich nicht so interessant. Ich musste Bernd dafür opfern, die ich lieber in Arenen gesteckt hätte. Und ja, am Anfang habe ich es nicht gemacht. Hier und da mal ein Snapshot, was weiß ich. Aber nicht wirklich. Und dann, irgendwann habe ich doch ein bisschen damit rumgespielt. Und dann kam die Medaille. Und als die Medaille kam, dann musste ich es so oder so machen. Mittlerweile habe ich sechs beste Buddies. Erstmal mache ich momentan meine 100er Legendär. Die arbeite ich gerade ab. Und ja, an sich könnte man sich das auch als Ziel setzen. Und einfach jedes Pokémon einmal auf Best Buddy bringen. Aber schauen wir mal. Ist ein harter Kampf. Ich versuche hier und da ein paar Sachen zu machen. Aber ist nicht so einfach. Mit, ja egal. Schauen wir uns das erstmal an. So, 266 Hertz hat er. 300 braucht man für Best Buddies. Und 34 vorgenommen. Und dann kann man hier zum Beispiel sehen. Wenn ich vier Herzen pro Tag mache. Dauert es noch neun Tage. Bei neun Herzen dauert es noch vier Tage. Bei 18 zwei. 18 ist schon sehr, sehr ambitioniert, sag ich mal. Klar, man kann Knust und sowas die ganze Zeit einsetzen. Und ich habe jetzt noch ein paar Mal die Box gekauft. Deswegen habe ich ein paar Knust über. Aber schaffe ich ja trotzdem nicht. Also ich mache sehr, eigentlich nie die doppelten Herzen. Ich mache auch nicht alle Herzen voll. Ich mache so viel voll wie es geht. Und dann wechsle ich einfach durch. Sehr, sehr selten wechsle ich so oft, dass ich alle 20. Also man kann 20 mal am Tag wechseln. Und die Freaks, die machen natürlich alle 20. Mit, ich weiß nicht ob die es schaffen. Aber wahrscheinlich nicht 20 mal 18. Also jeden mit Knust. Also Doppelherz und dann alle 20. Das wahrscheinlich nicht. Aber es gibt schon Tage, da versuche ich schon mehrere. Mehrfach Herzen zu geben. Und arbeite da nicht immer nur an einem Buddy. Ja, dementsprechend können wir zum Beispiel noch einen anderen anschauen. Der ein bisschen weiter, der noch länger braucht. Zum Beispiel hier mein Dark 300. Das ist der neueste 100er. Mit dem habe ich erst ein Drittel. Also 99 Herzen. Ich bräuchte noch 201. Und das heißt, ich mache ungefähr 7 am Tag. Pro Pokémon. Aber das steht hier nicht zur Auswahl. Also 200 durch 7. 201 sagen wir mal 210 durch 7 sind ja 30 Tage. Und ja, bei 9 wären es 23 so Beispiele. Ist ganz nett gemacht. Kann man ab und zu mal nachschauen. Wie gesagt, links ist so in der Beschreibung. Und da seinen Buddy-Progress-Fortschritt prüfen, abchicken. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr das mit den Best Buddies macht. Und da eure besten Kumpel hochzieht. Oder seid ihr da nicht so interessiert dran. Wie viele beste Buddies habt ihr schon? Das war's von mir Leute. Morgen ist noch C-Day. Euch viel Spaß, viel Erfolg morgen. Ich bin teilweise am Start. Vielleicht die ganzen 3 Stunden. Muss mal schauen, wie ich mich fühle. Ob ich da so Bock drauf habe. Wer alles am Start ist. Und wenn ein Video kommt. Dann kommt ein Video. Aber ich denke schon, dass ein Video kommt. Das war's von mir Leute. Den wir mal liken, subscribe und kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon is your business.